Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen heute über Oliver Bocher, denn er stalkt Amira. Nein, es ist kein Clickbait, sondern eine gruselige Realität, gerade auf Instagram. Auch gruselig, Ariana Grande ist neuer Song, yes, and. Dann wollen wir über die Bachelors sprechen und wie wir das neue Konzept finden und im Anschluss über den Film 2023. Wir waren ja leider in Pause. Softburn. Ihr habt euch das gewünscht. Ja, und wir machen es jetzt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt, auf YouTube unter okchapodcast. Die Episode erscheint dann da im Videoformat um 18 Uhr. Oliver Bocher rastet wieder aus. Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich, es ist wie ein Kammerspiel. Nein, es ist wie ein, es ist wie Wojzeck. Hast du Wojzeck in der Schule gelesen? Nee. Erklär mal, mit so einem Typen, der verlassen wird, crazy wird und alle umbringt? Ja, kenn ich. Der Typ übertreibt es maßlos. Es ist eine Story, es ist peinlicher als die andere und selbst, äh, warum wollte ich Harry Potter sagen? Oliver Bocher, Co-Fans, I do think, ähm, kommentieren mittlerweile, Olli, es reicht, hör auf, hol die Hilfe. Ja, wenn ich weiß, was passiert ist und gerade erst hier einsteigt, hört euch die Folgen 94, 96 und 100 an. Und hört euch drei Stunden unseres Podcasts an. Weil da haben wir wirklich alles zusammengefasst. Wirklich die Craziness hinter Oliver Bocher, Amira Bocher, die ganze Geschichte. Die Trennung von den beiden, genau. Was wir noch nicht besprochen hatten, auch wegen der Pause, war Weihnachten und Silvester. Guck mal, wie viele Updates, es ist der 23. Januar. Okay, hört sich auf. Oliver Bocher machte an Weihnachten nämlich eine Story, in der er am Weinen war mit so einem Weihnachtsmützchen. Nein, denn er feiert nicht mit seinen Kindern, sondern ist in Miami mit seinen anderen Kindern. Ich denke nur so, okay, rude. Was ist mit deinen anderen Kindern? Oh mein Gott. Mit dem Miami, Leute. Oh mein Gott. I'm so sad. Es tut mir so leid, dass ich meine Frau so durch den Kakao gezogen habe, dass sie freiwillig keine Zeit mehr mit mir verbringen möchte. Ich meine, es könnte auch alles anders sein. Wäre ich einfach respektvoll, dann könnten wir alle zusammenfallen. Aber nein, ich pleidige sie als Piep und als Piep. Und jetzt ist sie mit einem viel schöneren Mann zusammen, der größer ist als ich. Und der ist so, als ob er sich duschen würde. Oliver Bocher duscht nicht? Sieht nicht so aus. Vielleicht sieht er aus, als ob er so einen Tag oder zwei. Nein, das ist jetzt voll gemein. Der guckt Storys, wenn er markiert wird, zum Aufpassen. Der ist mit anderen Dingen beschäftigt, als mit kleinen Podcasts. Mit seinen zehn Kindern. So Ottos wie uns. An Silvester beklagt er sich dann darüber, dass er alleine zu Hause mit seinen Kindern war, während Amira feiern war. Sie hatte ein Spieleabend mit Freunden. Und dass seine älteren Kinder auch unterwegs waren. Kurz darauf aber postete er dann sich beim Feuerwerk mit Amira. Anscheinend war sie halt wirklich nur ums Eck, weil sie war dann um Mitternacht irgendwie bei ihm. Er ruft in die Kamera, wer hätte das gedacht, während sie so tut, als ob sie ihn halt stranguliert. Und dann forderte er sie auf, sie zu küssen. Küss mich, woraufhin sie ihn auslachte. Und sie erlaubte ihm dann, ihren Kuss auf die Wange zu geben. Und er sah so glücklich aus. Und ich dachte mir nur so, das ist so offensichtlich, was er versucht zu machen. Cringe. Sus. Wirklich. Sus. Echt. Was hast du gedacht, als du dieses Video gesehen hast? Ja. Zu Recht bist du Single. Du hast Zero Game. Zero. Wobei, er hat viele Frauen gehabt. Wie? I don't know. Der bringt die zum Lachen. Okay. Verstehe ich. Ich meine, Cora Schumacher sagt, sie hat einen Lustigen. Der Olli. Der Lustige. Aus Gönne. Mira hat Kastan den schönen, tollen, witzigen. Ich verstehe das, dass witzige Männer sehr attraktiv sein können. Der sieht ja nicht immer schlecht aus. Der kann sich auch herauskürzen. Der wäre auch cool, wenn die auch nett wären, ne? Die Ladies. Guckt immer, ob die Witzigen auch wirklich nett sind. Genau. Machen die Witze auf eure Kosten. Oh. Wirklich. Oh. Da muss man genau zuhören. Oh. Weil ich glaube, dass Olli das macht. Zu Hause. Ich meine, er hat ja jetzt angeblich Sex mit Cora und erzählt an seinen Live-Shows, dass sie eine Schlampe ist. Wörtlich. Der hat das nicht verneint, dass das nicht passiert ist, ne? Er macht, ne. Eigentlich nicht. Da würde ich gerne, reden wir noch darüber? Ja. Über Cora? Okay, gut. Und dann, wir dachten so, okay gut, wir beenden 2023, dieses schreckliche Jahr mit Pocha und Amira irgendwie halbwegs okay. Vielleicht wird's bald friedlich. Ja, aber er hat eine ganze Tour noch geplant. Tja. Und dann soll er sich über seine Frau lustig machen. Und dann soll sie sich freinehmen? Klar, Schatz. Verarsch mich vor tausenden von Menschen. Ich pass auf die Kinder auf. No problem. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Er, naja, alleine ist er nicht. Er hat eine Nanny und Amiras Bruder, der nette Onkel. Aber dennoch findet er scheiße. Und on top of that, sagt er, und ich zitiere ihn, wenn man in der Öffentlichkeit steht und noch einen Nachnamen trägt, ist es ein bisschen anders. Es ist für mich schwer nachzuvollziehen, warum man sich dann in Südafrika, in Camps Bay, mitten auf dem Marktplatz stellt und rumknutscht. Er spricht über Christian Düren, Taff-Moderator, denn er und Amira wurden knutschend in Südafrika gesichtet und auch kuschelnd. Verstehe ich. Der ist süß, ne? Der ist süß. Den finden wir cute. Ich hab mir ein paar Taff-Videos von dem angeguckt. Ich find den nicht sehr sympathisch. Ja gut, der hat ja einen Typ, Mann. Das dachte ich mir, dann nehm ich auch. Sie hat einen Typ, Mann. Wie heißt der nochmal? Christian Düren. Christian Düren, Taff. Aber vielleicht tu ich ihm auch Unrecht. Mal gucken. Es ist mein Eindruck, heute. Die sind alle leicht arrogant. Wobei, eigentlich Rebecca, mir ist eigentlich voll nett. Auch die, die so einen Zirkusnamen hat, die Carpendale. Annemarie. Ja. Gibt's nicht diesen Musiker, den Magier, der auch Carpendale heißt? Nee, Wayne Carpendale, der Vater von dem Dingens Carpendale. Ist das kein Magier? Nein, Copperfield. Copperfield. Ich dachte, das sei Magier. Der Vater von Wayne Carpendale ist Howard Carpendale. Der ist Sänger und Komponist. Warte, was hat der nochmal gesagt? Ach hier. Hello again. Kennst du das Lied? Nein. Hier, warte, ich spiel's dir vor. Junge, da war ich nicht mehr geboren. Wo soll ich das Lied kennen? Warte, das Lied jetzt, warte. Warte, warte, es kommt jetzt. Okay. Ich kenn das Lied nicht. Was? Aber du kennst, warte mal. Der hat noch... Ähm... Tiamo... Tiamo... Das ist so... Das ist nicht die Tabolen. Krass. Was ist der Dread von dir? Tiamo, Tiamo... Ach das, das kenn ich. Das ist nicht Cultural Repropriation. Tiamo, Tiamo... Ach, wir sind alle weiß. Tiamo, T... Ich gebe ihm... Sag das der AfD, wenn du deportiert wirst. Nicht abschieben. Auf alle Fälle, das ist ja neuer Bo. Die beiden sehen sehr gut zusammen aus. Und ja, bei dem Rant auf seinem Podcast bleibt es nicht. Denn er hat einen Mental Breakdown auf Instagram. Und er postet wirklich tagtäglich, während sie in Südafrika war, irgendwelche Screenshots von ihren Storys, kommentierte sie, Zeitungsartikel, Kommentare von irgendwelchen Gossip-Seiten. Es war crazy. So, wir gehen jetzt ein paar durch. Die habe ich jetzt hier in die PowerPoint-Präsentation gepackt. Mhm. Auf dem ersten sieht man einen Zeitungsartikel. Sie kennen ihn aus dem Fernsehen. Mit wem kuschelt Amira Pocher denn da? Daraufhin schreibt er, so er hat ein Bild davon gemacht, ist in seine Story gepackt und kommentiert. Solange es kein Statement vom zuverliegen gemeinsamen Anwalt gibt, sind es nur widerliche Gerüchte um Christian Düren aus dem gemeinsamen Management, der als selbstloser Freund der zukünftigen Amira Ali Vitamin D verschafft und einfach nur ihren wohlverdienten Urlaub genießt. Der nennt sich schon wieder Amira Ali. Sie heißt Amira Pocher, ob du es willst oder nicht. Es ist deine Schuld, dass sie deinen Nachnamen trägt. Jetzt hör auf damit. Dann screenshotet er ein Bild, auf dem man Amira, Christian und zwei gemeinsame Freunde sieht, die, keine Ahnung, sitzen da gemeinsam beim Weinen und Schillen. Und er hat so ihren Arm über sie und er schreibt dazu, einfach nur Freunde, die sich mal treffen. Der Christian Düren ist da sehr selbstlos. Der würde, solange er in festen Händen ist, seine festen Hände im Griff haben. Und dann dachte ich mir nur so, will er sagen, dass Christian vergeben ist? Ja, so habe ich das verstanden. Ist er vergeben? Keine Ahnung, ich kannte den vorher nicht. Okay. Dann hat er ein Bild von, also quasi eine Story von Amira gescreenshottet, auf der man halt so ein Bein von ihr sieht und Ausblick auf Berge und Pool. Und dazu schreibt er, eigentlich müsste es mir ja egal sein, aber sorry, so weit bin ich einfach noch nicht. Ich finde es nicht verletzend, was? Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens so kurz nach dem Pipipip mit einem, oh nach dem Sex, okay, mit einem vermeintlichen Freund als zweifache Mutter zu präsentieren. Darauf eine Fitness-Einheit und ein Weintasting mit Freunden und ein Avocado-Toast mit den einzigen Lehrern, die gerade keine Schule hat, im Sonnenaufgang. Ich fahre dann mal die Kinder ins Schneekaus, in die Kindergarten und heute Abend geht es nach Frankfurt weiter. Also quasi inszeniert sich wieder, ich bin zu Hause, ich muss mich um die Kinder kümmern und sie steht gerade im Urlaub, hat Sex, trinkt Wein etc. Und dann postet er dann nochmal ein Bild von Christian und Amira und aus gegebenen Anlass sind Amira und Christian Düren kein Teil mehr des gemeinsamen Managements, macht's gut, Kollegen Schwein. Das heißt, sie haben sich ein Mensch mitgeteilt und Olli hat die jetzt rauskicken lassen. Ja. Entweder er geht oder ich. Ja. Er kommt halt mit seinem Verhalten einfach durch. Der ist so bedroht. Ja. Von all dieser, von dieser ganzen Situation. Das ist lächerlich. Peinlich. Die Kommentare zu dem letzten Bild sind so geil. Und dann hat er ein Bild gepostet, wo Amira irgendwie ihr Zimmer beim Kofferpacken oder so fotografiert hat in ihrer Story und man sieht irgendwo Männerschuhe in der Ecke. Und dann schreibt Oliver Pocher, ich liebe die Internetpolizei, Amira ihr Zimmer. Der Christian hat die Schuhe bei Amira wohl vergessen. So geil. Ein paar von euch haben uns auf Instagram geschrieben und meinten, ist da jemand hinter dem Vorhang? Ja. Und sieht das nämlich aus. Als ob so Olli so hinterm Vorhang sei und so. Ihr habt mich so zum Lachen gewonnen. Und als ob es nicht genug sei, hat dann Mola Abedisi, Adebisi, Kumpel von Olli, die sind glaube ich auch irgendwie auf Tour, keine Ahnung, auch Bilder von Amira gepostet. Knutschen mit Christian, Team Pocher. Team Pocher. Amira markiert, den Real Dalai Lama markiert und sogar Christian Düren markiert. Wirklich? What in the Twilight ist das denn? Team Olli oder Team Düren? Ja. Wer ist jetzt Jacob und wer ist der Dschungelcamp von dem, also er ist auf jeden Fall keins von beiden Olli. So, als ob das nicht genug wäre, ließ dann die gute Cora Schumacher am Freitag im Dschungelcamp die Bombe platzen. Finde ich so geil, dass sie es gemacht hat. Sie sagte, dass sie eine Affäre mit ihm habe. Als er auf Tour war, hat er sich bei ihr gemeldet und sie hat ihm halt einfach die Tür geöffnet und dann lief das eine aufs andere hinaus. Als fünffacher Vater auf Tour mit einer anderen Frau, auch nur mit so einer bekannten Frau Cora Schumacher was zu haben, geht ja gar nicht. Man könnte jetzt Spieß das doch auch umdrehen. Genau das. Und wer hat auf die Kinder aufgepasst? Amira. Ja. Ja, genau das. Während er Wunderbar war. So, wollen wir das mal so umdrehen? Genau das. Sie sagt sogar, dass sie in ihn verliebt ist. Soweit geht sie sogar. Und sagt dann so mit Schlussworten, Amira hat den schönen und ich hab den lustigen. Und viele glauben ihr natürlich nicht. Ich finde es gut, dass sie Amira nicht runtergemacht hat oder so. Eine Frau muss nur ihren Mund aufmachen und schon glaubt man ihr nicht. Ich glaube ihr, ich habe mir jetzt die ersten paar Folgen angeguckt und... Er hat es ja nicht verneint. Es wäre auch so random, das zu erfinden. Viele sagen ja, weil Oliver Pocher gerade eh so... Ich denke immer so, wer will freiwillig mit Oliver Pocher in der Form assoziiert werden? Also, ich verstehe, warum man ihr das zutraut vielleicht. Aber wobei, ich fand jetzt ihr Verhalten jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht sonderlich irgendwie negativ auffällig. Klar, sie ist halt in der Öffentlichkeit. Aber auch nicht mehr so richtig. Ja, sie macht halt immer mal wieder was. Ich glaube, die macht ja auch Onlyfans und so. Bestimmt. Ja, ich glaube ja. Und ja, also, die hat halt ihren Nachnamen behalten, wollte sie ja nicht abgeben und so. Macht damit halt Geld, ja okay. Warum sollte die lügen? Und er hat es ja nicht verneint. Und vor allem ist sie jetzt aus dem Dschungelcamp rausgegangen. Ich frage mich halt, wie karrieregeil bist du? Oh ja, was ist passiert? So weit bin ich nicht, aber ich glaube, der ging es einfach nicht gut oder so. Aber wenn du so karrieregeil bist, dann ziehst du auch so ein Format, also alles irgendwie seltsam. Ich traue das nicht zu. Sie wirkt halt wirklich wie so eine ehrliche und liebe Seele. Wenn Kim Virginia das gesagt hätte, weiß ich nicht, ob ich das geglaubt hätte. Kennst du die? Ah nee, du hast ja auch hier sogar nicht geguckt, die Staffel. Nee, ich kenne die, aber genau. Du hast endlich zu Ende geguckt. Grandios. Geil. Wirklich beste Staffel aller Zeiten. Oliver Pocher hat das natürlich mitbekommen mit Cora Schumacher und hat sofort darauf reagiert. Er ist ja gerade auf Tour und ein Ausschnitt auf seinem Tourprogramm aktuell macht natürlich die Runde. Er hat da selbst hochgeladen, wo er halt genau auf die Vorwürfe von Cora eingeht. Er verneint sie nicht direkt, er macht halt einfach nur Witze darüber, habe sie in der Bibliothek kennengelernt. Nein, Scherz, auf Onlyfans haben wir uns kennengelernt. Und er sagt sowas so, ja, während ich auf Tour bin, meine Frau in Südafrika, bin ich Cora Schumacher am Bumsen, ha ha ha. Ja, er bedient sich natürlich auch diesen typischen Klischee-Witzen über Frauen ihres Kalibers, was auch immer das heißen mag. Er nennt sie eine dumme Schlampe und quasi auch eine Frau ohne Niveau. Klar. Und da dachte ich mir nur, ach so, boah, die arme Cora, ey, wenn die das sieht. Und weil sie sagt, dass sie halt verliebt ist, dann ist das richtig scheiße. Ja, aber die wird wissen, dass er auf jeden Fall sich darüber lustig machen wird und so. Ich weiß nicht, ob es die beste Entscheidung war für sie, das zu sagen. Ja. Ich frage mich halt, warum wir Oliver Pocher nicht den Stöpsel rausziehen können. Er hat zu viele Fans. Die müsste man eigentlich, so viele Seiten werden auf Instagram gesperrt und gelöscht und seine bleibt. Ja, klar. Man muss dem irgendwie einen Denkzettel verpassen, aber niemand verpasst ihm einen Denkzettel. Das ist ja nicht krass. Ich glaube, wenn du als Creator einfach online auch zu groß bist und auch eine, der ist ja auch wirklich, gehört ja zur deutschen Promi, A-Promi-Elite, glaube ich. Das kriegst du ja, glaube ich, gar nicht hin. Wir wollten aber nächste Woche Sonntag ausführlich und ernst über Pocher und seine Ex-Freundinnen sprechen. Und sein Verhalten und wie das alles so mit der aktuellen Situation zu tun zusammenhängt. Genau, weil, oh, es ist echt mies. Können wir dann alles nochmal zusammenfassen? Gucken wir dann. Ja, ne? Schauen wir dann. Oh, weg damit. Okay, komm. Ariana Grande, ihr neuer Song Yes And wurde am 12. Januar veröffentlicht. Das ist ihr erster Song nach über zwei, drei Jahren. 2020. Ja, Oktober. Ja, gut. Ungefähr dreieinhalb Jahren. Ihr letztes Album war nämlich Positions und kam ja 2020 raus. Und noch bevor der Song rauskam, hat sie so ein bisschen Social Media Buzz generiert, wo sie so ein Bild von sich veröffentlicht hat mit so ein bisschen so verschwommen, wo man ihren roten Lippenstift sieht, was dann halt auch dazu geführt hat, dass dann viele Nachahmer auch gefunden wurden, beziehungsweise Fans, die dann halt so Edits gemacht haben. Das sah richtig cool aus. Und mich hat der Song, als der rausgekommen ist, direkt an Madonna erinnert, so 80s Pop Music. Ja, ja. Und ja, ich höre den halt so. Hast du den so privat? Mhm. Okay. Ich hab den jetzt drauf, weil ich mag halt gerne auch zum Sport halt so ein bisschen was Schnelleres. Und es ist ganz nett. Aber ich höre nicht so auf den Text. Ich finde den Text irgendwie jetzt nicht so, keine Ahnung, motivierend oder so. Und es ist halt, ganz ehrlich, wenn man das vergleicht mit den Liedern, die sie vorher rausgebracht hat, die wirklich cool waren und Ohrwürmer waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt hätte sein müssen. Okay. Wie findest du denn so? Nicht gut. Aber ich bin auch keine Ariana Grande-Fan. Ja gut, das stimmt. Aber magst du gar keine Lieder von ihr? Gerade so Woman? Nee, ich mag Dangerous Woman ganz gerne. Das ist auch schön. Und irgendwo so ein anderes, wo die so rumschreit. Okay, kein Harry-Fan. Ich mag ihre Lieder. Ich mach The Seven Rings voll gerne. Kann ich nicht, aber was ist das? Sing mal. I want it, I got it. Ach, das da. Das, ja. Kennst du das nicht? Doch, aber. Das Musikvideo war iconic mit Mean Girls. Doch, doch, doch. Okay, gut. Ja, Maria ist nicht so interessiert am Musik. Ähm, genau. Ich hatte es ja gerade gesagt, dass die Lyrics nicht so interessant sind, aber in dem Sinne, dass ich, ich muss mir das jetzt nicht anhören, aber zum Analysieren ist es ganz, ganz interessant. Wie wir wissen, ist Ariana set Anfang letzten Jahres mit Spongebob zusammen. Ich mein natürlich Ethan Slade. Oh, wirklich. Ja. Ja, sie ist mit Spongebob zusammen. Sie ist mit Spongebob zusammen. Oh, wer wohnt in der Halle? Das kannst du nicht mehr. Ethan Slater. Ariana ist der Patrick zu... Nee, das Eichhörnchen. Sandy. Ja, aber wer doch richtig zusammen ist. Nein, sie ist Gary. Meow, 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 meow. Jedenfalls haben die beiden sich oft während der Musical-Verfilmung von Wicked kennengelernt und lieben gelernt. Slade war allerdings zu dem Zeitpunkt verheiratet. Mit seiner Babymama Lilly J. Hey, wir haben ausführlich in Folge 86 darüber gesprochen. Kleiner Disclaimer. Mit Sachen. Wir haben uns extrem über Ethan lustig gemacht. Über sein Aussehen. Wir haben es verkackt. Wir hätten es wirklich, ich bereue es, ich bereue es. Und es war, wir haben natürlich, wir mussten lachen, es ist irgendwo witzig, aber es ist ein Mensch. Und der hatte auch Gefühle. Und ich fände es wirklich scheiße, wenn er Deutsch konnte und diese Folge gehört hätte. Da wäre ich echt traurig. Ja. Genau, deswegen entschuldigt uns. Wir waren, das ist jetzt schon sehr lange her. Wir waren anhinscht. Wir waren anhinscht. Und das war auch unser, ich glaube, zweiter oder erster Videopodcast. So, zweiter, dritter, irgendwie so. Egal. Auf jeden Fall aber trotzdem eine relativ witzige Folge. So. Im Musikvideo erstmal. Hört man am Anfang Gequatsche, wie sich Leute über Ariana Grande aufregen und sagen, die alte Ari fanden wir besser. Oh. Als ihr Pferdeschwanz ein paar Zentimeter höher war. Da muss man ja auch wissen, sie hatte ja voll die Schmerzen, also sie hatte ja so Alopecime, also hat sie drunter gelitten, so Haarausfall. Und auch mit Kopfschmerzen und allem, weil sie den Zopf so hochgetragen hat. Den trägt sie jetzt tiefer. Wahrscheinlich aus natürlich auch Lookgründen, aber auch Bequemlichkeit. Das heißt, da könnte man auch nochmal sagen, okay gut, da interessiert sich jemand nicht für ihre Gesundheit. Und dann sagt auch einer, wen interessiert es, dass sie glücklich ist? Ich möchte Kunst. Oh. Und der Konsens ist, I miss the old Ari. Und dann gibt es so eine Zeile, da sagt jemand, ah, ich habe gehört, dass Ariana Grande eine Hummuslinie rausbringt. Was total absurd ist. Woraufhin ein anderer sagte, ich habe es im Internet gelesen, also muss es wahr sein. Ach so. Also dann nach dem Motto, okay, das ist alles, was wir jetzt hören über die Beziehung zwischen ihr und Ethan, nicht alles muss stimmen, weil da, gut, da gab es ja schon richtig krasse Sachen, die gesagt wurden, sodass sie, oh, hört euch Folge 86 an, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht dran, aber auf jeden Fall hat man ihr vorgeworfen, sie ist kein Girls Girl, sie benimmt sich zur Scheiße und sie hat Ethan, der Lily J, ausgespannt. So, der Song geht los. Well, everybody's tired and healing from somebody, also jeder ist müde und heilt von irgendeinem Schmerz. Und dazu hatte ich ein TikTok gesehen, wo jemand so richtig wüten würde und sagte, genau, Ethans Ex halt gerade von dem, was ihr Jay angetan habt. T. T. Dann der Chorus, yes and, also ja und, ne, fanden auch einige echt krass diese Attitüde, super unpassend, aufgrund dessen, was halt jetzt gerade passiert ist. So, sie ist halt jetzt mit einem neugeborenen Kind zu Hause und Ethan vergnügt sich mit Ariana. Und, ähm, genau. Dann, say that shit with your chest. Also so, sag es mit voller Imbrunst. Yes and, also nochmal unterstrichen. Dann, im zweiten Vers, now I'm so done with caring. Also jetzt bin ich, bin ich hier fertig mit, boah, sich um etwas zu, genau. Jetzt kümmere ich mich nicht mehr um, was ihr halt quasi sagt. Ähm, what do you think? No, I won't hide. Ich werde mich nicht verstecken. Und da geht es wahrscheinlich darum, dass die beiden halt sich nicht in der Öffentlichkeit so wirklich zeigen. Das haben sie aber jetzt mehr und mehr getan. Ist das so? Sind die wirklich zusammen? Ja, ja, natürlich sind die zusammen. Ach, das ist ja nur eine Affäre gewesen. Dann war es vorbei. Nein, nein, nein. Love. Ja. Als nächstes ist Gypsy Rose Mann dran. Achso. In der letzten Folge drüber gelacht. Dann, ähm, was sagt sie dann? Underneath your projections? Or change my most authentic life. Also ich werde nicht mein authentisches Leben für euch verändern. Das heißt, so wie sie sich gerade, wie sie gerade lebt, so möchte sie auch leben. Am meisten, am beschissensten fanden die Leute diese Zeile. Your business is yours and mine is mine. Do you care so much whose dick I ride? Also, das, was dir passiert, das ist dein Business. Das, was mir passiert, das ist mein Business. Warum interessierst du dich dafür, wessen Schwanz ich reise? Holy fucking shit. Und in der normalen Version oder in der Songversion, die ich so gehört habe, sagt die das gar nicht. Also es muss irgendwie eine zensierte Version sein. Keine Ahnung. Naja. Oder ich habe es nicht rausgehört. Aber ich habe es, ich weiß, dass es da vorkommt. Krass, ne? Das ist auf so vielen Ebenen so schlimm. Stell dir vor. Du kommst mit einem Typen zusammen, der seine Frau und sein neugeborenes Kind für dich verlässt. Und dann besitzt du die Audacity. Ich bin Ariana Grande in dieser Inzidenz, in diesem Fall. Warum du? Ne, du hast gesagt, stell dir vor. Genau. Achso, ja, genau. Du redest mit mir. Okay. Sorry. Und dann mach die Person, machst du einen Song und sag dir, ganz egal sein, welchen Penis ich reite. Ja. Während wirklich seine Babymama zu Hause sitzt mit dem Baby. Ich nehme es mal an, dass sie zu Hause sitzt mit dem Baby, weil die hat die ja vor kurzem erst entbunden. Das ist schrecklich. Ja. Oh. Also das Musikvideo ist auch, ja, getanzt die Halbballett und so, und so ein bisschen musical-mäßig influenced und da quasi schafft sie es, immer wieder Leute von ihrem Talent zu überzeugen und alle rasten aus und sind wieder bereit, Aria zu akzeptieren. Also die gehen total zickig rein und hassen sie, kommen aber raus, neue Fans von ihr wieder. Oh. Ja. Also ich finde, ich mag ihre Musik immer noch, aber ich glaube echt, dass sie nicht so die netteste ist. James Charles meinte das doch mal bei Tanner, glaube ich. Haben die doch darüber gesprochen, welcher Celebrity gar nicht nett war und dann meinte er, not Ariana. Not Ariana. Ja gut, können wir in James Charles aber irgendwie glauben. Hatte sie ihn nicht blockiert oder so? Ich glaube, der ist ein bisschen salty, weil die sollten, glaube ich, kollaborieren und dann ging es doch nicht, weil dann alle Fans, glaube ich, auf sie eingeredet haben, nicht mit ihm zu kollaborieren. Wahrscheinlich. Und dann hat sie ihn, glaube ich, blockiert. Also wenn ich mich nicht irre, wie mit dieser Rolex-Sache. Oh, boah, aber das ist, das ist crazy. Das ist crazy. Oh, wow. Tja. Wow. Ich weiß, ich glaube, ich kann mich davon die Woche nicht mehr holen. Ich bin wirklich geschockt gerade. Also sie ist auch echt erfolgreich mit dem Song, glaube ich. Also die Leute rasten zwar aus, wie du, aber die Tanz, hier den Dance im Video wird nachgemacht auf TikTok und ja. Okay, wir reden jetzt hier über den Bachelor. Über die Bachelors sind hier jetzt zwei. Lass uns mal erstmal drüber sprechen, wie wir generell das Format fanden, bevor dieses neue Konzept eingeführt wurde. Ich habe ja eine Staffel, also ich habe die allererste Staffel von 2001 geguckt. Mit dem? 2003. Christian. Ja. Die fand ich noch super. Und die allererste Staffel, die Bachelorette mit Monika Ivankan. Fand ich auch super. Die war das? Ich glaube, die war die erste, ja. Also wir auf jeden Fall, daher ist sie ja auch in der Öffentlichkeit, weil sie die erste Bachelorette war. Wow, okay. Na guck mal, im Jahr 2014. War der erste Bachelor? Also das war 2003, aber dann gab es eine voll lange Pause. Paul Jahnke war der erste Bachelor. Nein. Doch, doch. Erster Bachelor. Ach, es war nicht Paul Jahnke, dann sind sie noch in den allerersten. Christian. Ah ne, Marcel hieß der. Ich dachte, der hieß Christian. Ah. Genau, der. Warum wird dann immer der Paul Jahnke als der OG-Bachelor gehandhabt? Weil er, also diese Bachelor-Staffel war 2003 und zweiter Bachelor ist Paul Jahnke. Das heißt, ich glaube, ich glaube, das war im Jahr 2012, genau. Ich weiß noch, dass es eine voll lange Pause gab, weil Reality-TV Anfang 2000, da gab es natürlich auch MTV und so, aber ich glaube, die hätten es ausprobiert und anscheinend war das doch nicht so erfolgreich. Aber ich habe mich gar nicht an diesen ersten Bachelor. Ja, das war 2003. Ich war ja 13 und du warst 10. Ja. Ja. Wie findest du das denn, genau? Und dann, da hast du nie wieder reingeguckt? Nee, und dann hatte ich ja letztes Jahr das doch geguckt mit dir. So ein bisschen. Oder vorletztes Jahr. Mit dem Nico. Mit dieser Miriam. Mit dem Mimi und Michelle. Ja, das war voll witzig, aber nur das. Alles andere, ich musste wirklich vorspulen. Ich konnte mir das nicht angucken. Ich habe eine gute Aufmerksamkeitsspanne, wirklich. Ja. Es ging nicht, es war super langweilig. Ich finde, genau, Bachelor und Bachelorette sind einfach irgendwie öde. Ja, leider. Sorry, es gibt viele Fans, aber... Ich finde das ganze Konzept an für sich langweilig. Also vor allem, es ist nicht, dass Dating, dass es eine Datingshow ist, weil Are You The One ist eine Datingshow und wie die Ex und die Beach und so weiter und so fort. Auch super problematisch, schon schlimme Serien. Ich mochte die auch alle nicht, ne? Also nicht, dass wir die jetzt... Are You The One? Ja, war natürlich witzig jetzt, die Staffel, ne? Aber... Ist das so problematisch? Also, das war schon echt ekelhaft am Anfang. Was denn? Den ganzen Sex-Szenen, diesen komischen Spielen. Das war wirklich obszön. Achso, okay. Also den Anfang mochte ich, ich mochte das erst später, wo die sich alle ein bisschen mehr kennengelernt haben und so. Okay, okay. Ja, aber ich finde, es gibt halt einfach einen Unterschied. Weißt du, wenn du einen Typen hast, um den sich irgendwie 20 Frauen streiten, das ist so... Who cares? Irgendwie haben die das nicht so witzig und interessant aufbereitet. Nee, es ist irgendwie... Es hat halt so James-Six-Topmodel-Vibes. Es ist einfach nicht gut. Ich verstehe das halt alles nicht. Und auch die Dynamiken untereinander sind so langweilig. Was mich halt auch immer nervt, dass diese Frauen irgendwie so zusammengepfercht werden. Die dürfen nicht raus. Man darf auch nur über eine Sache... Die dürfen ja nur über sich sprechen und welchen Eindruck sie voneinander hatten. Das heißt, die Gespräche sind auch eindimensional und unfassbar langweilig. Da entsteht ja keine authentische Dynamik. Ja, ja. Weißt du, bei Are You The One und X On The Beach, da wird um ganz vieles gestritten. Das ist so wirklich ungefiltert. Und der Bachelor ist halt einfach gefiltert. Es ist nicht schön. Ja, vor allem die Social-Media-Präsenz ist ja auch super clean und perfekt. Ich glaube, die dürfen wirklich. Die kriegen wahrscheinlich per Mail irgendwelche Slides, das und das und das posten, den und den Text schreiben und das war's. Ja, ja. Und das finde ich komisch. Ja, und auch wenn ich Dschungelcap nicht mag, aber ich mag es, dass da die Storys super frei sind. Und da geht's ja, okay, da geht's darum, sehr viel Drama zu schüren und so, mit die Leute auch vor allem anrufen. Aber es ist halt zumindest aus dem Entertainment-Hinblick spannender. Ja, und vor allem, du lernst die Charaktere auch wirklich kennen. Ja, genau. Ihre Geschichten, wie die sich entwickeln, Konflikte, die entstehen, die auch immer unterschiedlich sind. Die streiten sich mal ums Essen, vielleicht aber auch um andere Dinge. Und beim Bachelor hast du einfach öde Unterhaltungen. Immer wieder irgendwie Streit zwischen den Frauen wegen einem Mann. Es ist halt wirklich seit Jahren immer dieselbe Geschichte, die erzählt wird. Und da kommt nichts Neues hinzu. Jetzt versuchen die das mit einem neuen Konzept. Und zwar, wir holen uns jetzt zwei Bachelors rein. Mehr Frauen, die sich streiten um zwei Männer. Finde ich super. Ich hatte so Spaß. Ja? Ja, voll. Ich hab das ja, wir hatten, hier, Julia war bei uns. Und ich bin mit meiner Schwester mit ihr ein bisschen Dschungelcamp geguckt und dann sind wir wieder zum Bachelor gegangen. Ja. Wir haben den Spaß unseres Lebens gehabt. Ich habe mich ja kaputt gelacht, weil da gibt's eine, ganz am Anfang, wo die die Frauen ausgewählt haben. Erinnerst du dich an die mit dem Hund? Ja. Und ich hab die ganze Zeit gelacht, weil ich hatte das Gefühl, die kennt ihr so subliminal Messaging? Ja. Wenn irgendwie was in den Bildschirmen so eingeblendet wird und wieder weggenommen wird und du kannst es mit dem bloßen Auge nicht so erkennen, aber das wird so unterbewusst so in dein Gehirn quasi eingebrannt. Und ich hatte das Gefühl, die macht das die ganze Zeit. Die sagt irgendwelche Sachen. So, ich bin unglücklich und ich hasse mein Leben. Hast du Spaß? Was? Ist dir das nicht aufgefallen? Und solche Sachen. Und immer wieder hat die irgendwas gesagt und ich dachte mir, hab ich das gerade gehört? Und ich musste mehrmals zurückspulen, um zu hören, was die sagt. Die war crazy, die Frau. Interessant. Ja. Deswegen, ich glaub, du musst das mit Leuten gucken. Du kannst das nicht alleine gucken. Wahrscheinlich. Wir gucken das jetzt am Freitag nochmal. Und dann siehst du, wie witzig das ist. Okay, ich bin gespannt. Ja. Aber, ja, was jetzt eigentlich abgeht, für die, die es nicht mitbekommen haben, warum auch immer, im Grunde bleibt eigentlich alles gleich, außer dass halt die Frauen in Gruppen aufgeteilt werden, um dann für den Bachelor ihrer Wahl zu buhlen. Die Frauen durften in dem Fall im Vorfeld die Bachelors kennenlernen, in Köln. Diese waren halt, wie gesagt, in Gruppen aufgeteilt und die Bachelors durften dann sofort, ich glaub, die hatten irgendwie 20 Minuten oder so ein Date, die Frauen dann mitnehmen. Bis jetzt war das immer so, dass die Frauen ja aus dem Auto gestiegen kamen und dann die Bachelor, oder den Bachelor zuerst sahen. Dieses Mal nicht so. Dennoch, die Frauen bleiben in ihren Gruppen, lernen den Bachelor, dem sie zugewiesen werden, näher kennen, dürfen sich aber dennoch umentscheiden, wenn ihnen der andere besser gefällt. Richtig geil. Und das funktioniert, weil alle in einer Villa sind und am Ende jeder Folge machen die halt alle zusammen Partys und sind auch auf Gruppendates zusammen alle unterwegs. Das heißt, die haben auch die Möglichkeit, den anderen Bachelor kennenzulernen. Wieso das neue Format? Schlechteste Quoten gingen jetzt bei der letzten Staffel. Genau, war richtig, richtiger Flop und man verhofft sich natürlich so mehr Spannung, mehr Konkurrenz und mehr Drama. Ich hab jetzt vier super witzige Reaktionen rausgesucht, die Lisa schreibt und dann brechen beide die Sendung ab und brennen zusammen durch. Ich würde das feiern. Meine Schwester die ganze Zeit so, boah, die sind so schön, die beiden, die kommen bestimmt zusammen. Die werden so schön zusammen. Und ich dachte mir auch so, ja, Hotties, also oberflächlich Hotties. Lass mal gleich nochmal. Okay, okay, okay. Dann hat jemand geschrieben, vielleicht ist er gar nicht der Bachelor, sondern Manuel Neuer. Erinnerst du mich an diese Werbung? Ich bin gar nicht der Bachelor. Ah ja, stimmt. Boah, das ist ja voll der Throwback. Voll die alte, war das nicht so eine Müller-Milch-Werbung oder so? Ja, genau, die Müller-Milch-Werbung. Und dann hat auch RTL gefragt, wer könnten die Bachelors sein? Man hat nämlich so schwarze Figuren gezeigt, also so, ne, schwarze Figuren. Joko und Klaas. Ey, das wäre so geil. Die sind aber beide vergeben, ne? Iconic, ja. Ach, schade. Joko ist auch Vater. Und dann hat Eddie geschrieben, gibt's bei Tipico schon Quote, ob's ein Dreier geben wird? Iconic. Stell dir vor. I imagine. Die besaufen sich, die dürfen ja nicht so viel Alkohol trinken, ne? Also ich weiß, bei der amerikanischen Bachelor-Version dürfen die maximal zwei Champagnergläser trinken. Ist das so? Das ist wirklich clean. Die heiraten ja auch am Ende beim Bachelor und kriegen sogar Kinder. Ja. Ja, aber wie findest du denn die beiden Männer an sich? Ich liebe ja Dennis Gries. Der ist so hot. Bro, ich, ich. Okay, bei der ist muss ich aufpassen, ne? Dennis ist so ein bisschen. Ich darf das nicht sagen. Nein, ich weiß, was du sagen willst. Ja, also ich find, der wirkt halt, der wirkt nicht so hell manchmal. Wenn ich mit ihm zusammenkomme, dann wirst du den nicht kennenlernen. Maria, du würdest ausrasten. Der Typ labert ununterbrochen. Nein. Der würde dir so hart auf den Sack gehen. Hast du gesehen, wie lang seine Unterschenkel sind? Die sind so lang wie meine Beine. Ich bin auch groß. Du bist nicht so groß. Wir können zusammen durch die Welt laufen. Der ist zwei Meter groß. Ich meine, der sieht schon gut aus, aber der ist okay. Ich bin blind vor Liebe. Leider sehe ich. Echt? Boah, ich hab mit jeder Minute, die verstrich, hab ich immer mehr gedacht. Ich dachte mir immer nur so, es ist okay. Klar sieht der gut aus. Ich würde immer noch weglaufen, wenn er mit einem Sixpack von mir stutte. Und ich müsste irgendwelche Übungen machen. Klar, natürlich sieht der gut aus. Ich verstehe es. Ich find halt den Sebastian ein bisschen gruselig. Der guckt immer so. Und daneben wirkt halt Dennis einfach, Dennis hat Golden Retriever Vibes. Ja, genau. Und deswegen find ich den einfach, ich find den super lustig. Und der andere ist halt eine Katze, schwarze Katze. Genau, Black Cat. Black Cat Energy, ja. Ich mag beide nicht. Wirklich, ich, also der Kleiner ist auf jeden Fall auch nicht. Der ist ja auch groß, relativ eigentlich. Ja. Der sieht immer so klein aus. Aber den find ich super ätzend vom Charakter her. Wirklich ätzend. Und sein Blick ist intensiv. Ich meine immer so. Der guckt immer von unten auch so ein bisschen, ne? Ja. Willst du mit mir auf einen Drehen? Was mich halt genervt hat, ist, dass er dieser Frau, die er gut findet, einfach nicht zugehört hat. So, Bruder, ist das dein Ernst? Du machst den ganzen Tag nix. One job. Genau, du bist auf einer romantischen Bootsfahrt mit ihr. Ja. Wirklich, also der ist nicht in it. Und deswegen, find ich, da hat Dennis Gries mehr Tiefgang. Er hat über seinen Opa geweint. Das fand ich süß. Ja, aber der hört nicht zu. Das stimmt nicht. Wo hat der zu? Der hört nicht zu. Der kann sich mit den Menschen unterhalten. Ich höre den nur reden. Die ganze Zeit. Der labert ohne Ende. Und ich mag keine Labertaschen. Ich weiß, du magst Labertaschen. Total. Ich weiß. Ich muss mitmachen können. Wenn ich das Gefühl habe, jemand muss, hier, für mich, also mein Entertainment spielen, dann bin ich raus. Ich denke mir, nein, ich brauche, hier, Rapport. Rapport. Genau. Weil du steigst ja manchmal aus. Ich merke das so, wenn ich dann irgendwie mit jemandem pingpong da, Rapport da. Ja. Und du da. Wer entertaint mich jetzt? Wer entertaint mich jetzt? Und dann gucke ich Julia an. Genau. Und die kommt dann mit den Augen. Ja. Die guckt mich an. Interessst du mich? Ja, genau. Die ist nämlich genauso. Deswegen seid ihr ja beide mit mir befreundet. Nee, ich sag's dir. Es ist super geil. Aber. Also ich werde es weiterschauen. Ich auch. Ich freue mich. Wir treffen uns ja am Freitag nochmal. Aber ich glaube halt nicht, dass es so viel besonderer wird, als die halt erhofft hatten. Aber das reicht doch schon. Diese paar Folgen sind doch schon tausendmal besser, als alle Staffeln zusammen. Aber was macht die so viel besser? Weil halt einfach mehr passiert. Ich hab nicht das Gefühl, vorspulen zu müssen. Weil die genug Szenen haben, wo die hin und her schwingen können. Weil ja die Dates relativ parallel, glaube ich, stattfinden. Ja. Oder nicht so lang sind. Ja. Weil ich hatte das Gefühl, die hatten nicht genug Material, um die auf zwei Stunden zu strecken, um genug Werbepartner einblenden zu können. Aber jetzt haben sie genug. Also ich hab mich wirklich kaputt gelacht. Ich glaub, du darfst das nicht allein gucken. Guck das mit Freunden. Okay. Na gut. Oder schreibt uns auf Instagram. Wir schreiben immer gern mit euch, wenn ihr Fernsehen guckt. Okay. Wir müssen uns beeilen. Saltburn-Memes. Here we go. Nein. Wir haben ja den Film Saltburn über unseren Christmas-Break geguckt und waren schockiert. Das war so toll. Ich hab sogar zweimal geguckt. Krass. Am 17. November erschien die Filmsensation 2023, die bis jetzt Social Media noch im Bann hält. Saltburn mit Barry Keoghan und Jacob Elordi. Der Barry ist richtig karrieremäßig, geht steil. Der hat sich ja getrennt von seiner Freundin. Jeremy Ellen White hat sich auch von seiner Freundin getrennt, als es mit der Karriere nach oben ging. Und ehrenvolle Nennung, Rosamund Pike, ich liebe sie über alles. Die von Gone Girl war richtig gut im Film. Ich erklär euch aber nicht, worum es geht. Nope. Ist mir egal. Ihr müsst blind da reingehen. Ihr müsst wirklich, es gibt auch genug Inhalte, die das erklären, aber geht da blind rein. Wegen dem Film hört ihr überall, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, Murder on the Dancefloor von Sophie Alice Baxter oder Perfect von Mason vs. Princess Superstar. Wusstest du gar nicht, dass das so heißt? Dieses One, two, three, four, let me hear you scream if you want some more, like I push it, push it, push it, work it, I'm perfect. Ach, da sagt die das. Okay. Dann, und noch mein Fave, Loneliness, der Remix von Club Cut. Geil. Richtig geil. Geil. Gibt's halt im vierten Studio. Richtiger Banger. Genau. So, wir möchten halt nicht spoilern, aber es gibt halt drei Szenen, von denen ihr alle gehört habt. Da wollten wir einfach ein paar Memes halt gucken. Wir haben einmal die Badewannenszene, ihr seht überall Rezepte für Cocktails, die inspiriert sind von dieser Badewannenszene, die sehr, eine sehr klare weiße Substanz beinhaltet, die immer so schleimig aussieht. Oh mein Gott. Und die Kerze habt ihr auch schon gesehen. Ja. Dann haben wir noch die Vampir-Szene. Iconic. Ich weiß nicht, Maria, aber okay. Nee. Wobei, könnt ihr, also wenn ihr wisst, wovon ich rede, ich würde gerne wissen, machen das Leute? Ja. Ich nicht. Okay, ich wollte gerade sagen. Aber ich fand's heute. Ich weiß auch immer, das geschah. Ich fand's heute. Hast du das deinem Freund mal gezeigt und gesagt, das müsste ich machen? Wir haben zusammen geguckt und ich war so. Und er so. Ich kann's ihm nicht verübeln, wirklich. Wirklich. Ich fand's super hot. Ich fand es geil, wie dominant er war und einfach gemacht hat und wie das auch enttabuisiert wurde. Periode einfach enttabuisiert wird. Und das ist cool. Was ist daran enttabuisiert? Ja, dass wir das so, dass wir aus Periode halt so ein Öh machen. Öh. Nein, das mach ich ja nicht. Aber die Tatsache, das ist halt so. Genau. Nee, aber wirklich mir schlecht. Ja, aber mein. Würde, ich hör mal vor, du würdest das machen. Naja, bei mir ist halt Exorzismus angesagt. Ja. Und ich hab nur Schmerz. Aber wenn du keine Schmerzen hast. Nein, nein, nein. Du bist diejenige, die das bei einer anderen macht. Nicht das. Ew. Oh, Maria! Wollen deine Pfoten bei dir? Okay, jetzt müsste schon was passiert, aber egal. I can't. Wie sagst du ja? Ja, okay. Und dann die Grabszene. Das war verstörend. Das fand ich wiederum super. Schenk mal vor. Macheta. Was ist denn, bist du da so dreckig? Warum hast du dich denn wieder hier rumgetrieben? Ich bin dreckig, weil du mir einen Cardigan gegeben hast, der haart. Überall, weil es echte Wolle ist. Überall Haare. Du hast ein kleines Tier an dir. Pardot hat mir noch nicht mal so viele Haare gegeben. Okay. So, dann gehen wir mal hier in die Pardot-Präsentation. Ist das Selina Gomez? Das ist Selina Gomez, wie sie sich für die Golden Globes hättig macht. Und im Hintergrund lief an Gippy Softburn. Die Grabszene. Warum guckt sie das so? I don't know. Das fand ich total geil. In the background. Das ist kein Film, wenn du dir einfach so neben mir anguckst. What the fuck? Dann, hier, I'm sorry, but Jacob Elordi did nothing in Softburn. Ohne Witz. Der hat nichts gemacht. Der war einfach nur schön. Ich bin in der Sonne. Und alle lieben mich. Dann, mein Therapeut hat die Session mit mir letzte Woche gecancelt. Also, als Bestrafung werde ich ihr heute bei dem heutigen Termin Zauberl erklärt. Dann, da dachte ich mir direkt, hättest du jetzt Geburtstag. Es gibt, das ist nämlich eine Torte, die diese Grabszene halt nachstellt. Babe, ist alles in Ordnung mit dir? Du hast kaum die Softburn-Torte angefasst. Das ist iconic. Dann, ein anderes Meme mit Nini Leaks von Real Houses of Atlanta mit der Tagline, ähm, du solltest froh sein, nicht, dass ich ein Vampir bin. Dann, natürlich, der Brittany Broski-Meme zu mir after watching Softburn. Dann, äh, einer spült sich die Augen aus, ähm, weil er die Softburn geguckt hat. Dann, äh, war hier, genau, so ein Bild von so zwei, ähm, hier von Jacob Elordi und Barry mit so separaten Bilderrahmen, mit so Liebesticker drumherum und mit der Caption. Genau, und dass man sich diese Karten halt gegenseitig schenkt, um halt so eine homoerotische Freundschaften, äh, zwischen Männern halt, äh, aufrechtzuhalten. Dann, das fand ich geil. Da gibt es so ein, also, da lief halt Murder on the Dancefloor und da waren zwei Bilder und das erste Bild war so eine Gruppe von Menschen, die so irritiert in die Kamera gucken, mit der Frage, wer hat diesen Song drauf gemacht? Und dann auf dem zweiten Bild sieht man halt Mia, my bestie, by the speaker, Barry und Jacob nebeneinander. Nicht Jacob. Jacob Elordi. Jacob Elordi, genau, okay. Ähm. Ohne Witz, dieser Film ist so toll. Dann hab ich noch zwei. Wo denn? Watching Saw with my Drag. Genau, ich gucke Softburn mit, das ist ja auch total wie Reingang, dass Leute die Reaktion aufgenommen haben, ne? Genau, das fand ich halt mega witzig, das wollte ich halt nur zeigen, dass, äh, genau, die Leute ihre Reaktion geteilt haben und ich fand das mega witzig. Und das andere wieder, oh, ich hoffe, das ist das mit der Oma. Ne, ah, schade. Egal, ich blende das ein, das mit der Oma. Gab's nicht richtig witzige Reaktion? Ich fand das aber witzig, so alte Menschen gucken. Ja, ach, ich liebe den Film. Ja, also, ich muss sagen, viele, also gerade für amerikanische Verhältnisse ist das ja voll der verstörende Film. Und ja, die Szenen waren verstörend, aber im Großen und Ganzen gibt es wirklich verstörendere Filme. Und vor allem... Guck nach Holland, wirklich. Pass auf, aber guck nach Holland. Was guckt nach Holland? Die Horrorfilme da sind richtig krass aus Holland. Ah. Und so, aus Schweden und so. Ja, es ist aber auch einfach ein guter Film. Es ist ein richtig guter Film. Abseits von diesen Crazy-Szenen, wie sich der aufbaut, dass du dich wirklich so fragst, okay, war das alles geplant oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Mochte er ihn eigentlich wirklich? Nicht so viel verraten. Ne, aber so Dinge, du knobelst bis heute noch, was ist da eigentlich passiert? Ich fand's echt cool, ja. Ganz viele Symbole, die auch eingebaut wurden. Das war geil. Ja, einfach geil. Ja. So, ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, TikTok, YouTube unter okitschau-podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns bitte eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.